Herzlich Willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem Schmuck. Wir machen uns zusammen gemeinsam fertig mit dieser wunderschönen kleinen Palette. Und dazu diesen Frühstück. Ich hoffe es geht euch gut. Ich gebe euch einen Moment an. Süße kleine Palette. Mascara. Das ist mein Lieblings-Mascara. Das macht richtig schöne Rammel. Nutzst du immer wieder sehr, sehr gerne. Götz, Mädels. Die Klaas. Das ist mein Lieblings-Mascara. Götz, Mädels. Götz, Mädels. Götz, Mädels. Götz, Mädels. Götz, Mädels. Wir haben die Leute, wie die Leute von heute bewegt es aus, ich finde es richtig schön, es sieht noch richtig gut. Das trage ich heute als Bläume. Ein weiterer Schmuck, ein blödes Kaffee, die Schuhe trage ich heute in die Tasche dazu, bei der E-Mail-Felze, die hier in die Tasche dazu. Wir machen uns gemeinsam fertig und schminken mit dieser wunderschönen Palette einen schönen Look. So. 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 Ich denke, ein Zeil mit Klos dazu. Mascara, ich werde noch so eine kleine Tour machen, da nehme ich euch ein bisschen mit. Ein bisschen Flasch sein. Ein bisschen Flasch. So sieht der fertige Look aus. Ich bin jetzt richtig schön, weil ich diese Hohen hier zeige gleich mein Outfit im Ganzen. Das ist mein heutiges Hautfeld. Ein leutiger Schmuck. Ein Ring. 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 Bis zum nächsten Mal, dann ciao!